Ich schenke dir eine Kraft-Meditation, mit der du innere Kraft und deinen Geist stärken kannst. Mach diese Meditation regelmäßig, dann hast du die Chance, deine Ängste gelassener nehmen zu können und über die Programmierung deine Stärken zu aktivieren. Lege oder setze dich nun bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Spüre deinen Körper. Und atme tief ein und aus. Noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Atme nun in deinem natürlichen Rhythmus weiter, ein und aus. Konzentriere dich auf deinen Atem, wie er kommt und geht. Und lass ankommende Gedanken einfach weiterziehen wie Wolken am Himmel. Nichts hat jetzt Bedeutung. Wenn du bereit bist, stelle dir vor, dass du im warmen, weißen Sand an einem südlichen Strand sitzt. Vor dir siehst du das türkisfarbene Meer, über dir den tiefblauen Himmel. Du bist eins mit der Natur und spürst die Wärme des Sandes, riechst die würzige Meeresluft und lauschst dem Flüstern der sanften Wellen. Eine feine Brise kommt vom Meer her und umschmeichelt dich sanft, spielt in deinem Haar. Du spürst die Sonne auf deiner Haut, die dich wärmt und in ein goldenes Licht hüllt. In einiger Entfernung siehst du eine kleine, mit Palmen bewachsene Insel im Meer. Über dir hörst du den glücklichen Gesang der Möwen, die wild und frei segelnd ihr Leben genießen. Alle Eindrücke sind sanft und warm und du genießt diesen Moment voller Harmonie und Frieden sehr. Du würdest so gerne zu dieser geheimnisvollen Insel schwimmen, dich dort in den warmen Sand legen und eins sein mit der Natur. Es scheint ziemlich weit zu sein bis dorthin, aber du fühlst dich stark und geschützt. Langsam steigst du in das warme Wasser, das dich mit leisen Wellenbewegungen zart umspült und trägt. Du schwimmst ohne Mühe und voller Vertrauen mit kräftigen Zügen auf die Insel zu. Du fühlst dich frei, stark und glücklich wie die Möwen über dir. Am Ufer angekommen legst du dich in den feinen, weißen, warmen Sand. Über dir spenden einige Palmen Schatten und du hörst dem Vogelgezwitscher und dem leisen Wellenschlag zu. Hier herrscht Harmonie und Frieden. Hier bist du eins mit der Natur. Du bleibst eine ganze Weile liegen und genießt die Wärme und die Vollkommenheit. Du atmest tief die Meeresluft ein. Du nimmst mit allen Sinnen diese Vollkommenheit in dir auf. Du nimmst mit allen Sinnen. Du nimmst mit allen Sinnen. Du nimmst mit allen Sinnen. Als die Sonne langsam immer tiefer sinkt, lässt du dich wieder in das warme Meer hinein gleiten. Du nimmst das Gefühl der Vollkommenheit in deinem Herzen mit, genießt das warme Wasser und schwimmst erholt und kraftvoll zurück. Am Strand angekommen nimmst du deine Kleider und machst dich langsam auf den Rückweg in dein Hier und Jetzt. Du nimmst die Wärme, die Kraft und die Harmonie mit in deinen Alltag. Wenn du ganz im Hier und Jetzt in diesem Raum angekommen bist, Bewege deine Füße und Hände. Atme noch einmal tief ein und beim Ausatmen öffnest du wieder deine Augen. Bleibe noch eine Weile ganz bei dir und spüre dem wundervollen Gefühl der Vollkommenheit nach. Bewege deine Füße und Hände. Bewege deine Füße und Hände. Bewege deine Füße und Hände. De Fors interveniertens vão an! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.